Ohaio, Kettys! Schön, dass ihr wieder da seid. Hier ist wieder eure Josy mit einer weiteren Reakt-Folge. Und zwar wieder eine Folge vom realen Irrsinn. Der geht uns irgendwie nicht aus, deswegen haben wir so viel davon. Deswegen seht ihr so viel davon hier bei mir, weil ich die toll finde und nicht nur ich finde die toll, sondern auch unser Schildi findet die toll. Und deswegen hat er uns wieder eine vorgeschlagen. Tja, aus seiner Liste. Da habe ich die rausgesucht. Und heute geht es um meine Brücke. Und zwar um die Stefani-Brücke. Ja, und was hat es mit der Stefani-Brücke auf sich? Da gab es Sperrmaßnahmen. Da ist irgendwas passiert und deswegen wurde die gesperrt. Glaube ich. Denke ich. Könnte sein. Könnte natürlich auch was anderes sein. Vielleicht hat ja nur jemand nicht gedacht und hat einen Zaun hingebaut. Wir hatten sie heute schon mit Zäunen. Weil es ist heute schon die vierte Folge, die ich vom realen Irrsinn habe und ich hatte es immer so ein bisschen mit Zäunen. Genau. Genau. Aber ihr guckt einfach mal. Wäre die schlauste Art, um rauszufinden, worum es geht. Also rüber in den Live-Bereich. So. Wir sehen einen etwas verwaschenen Zwerg. Mit einem etwas verwaschenen Pfeil im Kopf. Und dem großen Extra 3 an der Wand. Also typischer alter Anfang von Extra 3. Fangen wir an. Die Stefani-Brücke in Bremen ist marode. 94.000 Fahrzeuge jeden Tag. Davon knapp 10% LKW. Ja gut, das setzt natürlich einer Brücke durchaus zu. Aber normalerweise sind Brücken eigentlich relativ haltbar gebaut. Dass sie marode ist, lässt jetzt natürlich darauf schließen, dass die Stadt nicht sehr viel für den Erhalt dieser Brücke gemacht hat. Wobei bei 94.000 Autos jeden Tag ist das natürlich auch nicht ganz so einfach. Aber man könnte ja einfach mal an einem Wochenende oder in den Ferien, wenn da nicht ganz so viele Leute unterwegs sind, die Brücke sperren. Zumal, wenn man sich das anguckt, diese Brücke ist in eine Fahrtrichtung zumindest dreispurig. Das heißt, wenn wir auf der anderen Seite auch drei Spuren sind, dann haben wir sechs Spuren. Dann wäre es ja möglich, eventuell eine Spur mal zu sperren und die zu machen und dann so weiter. Also jetzt nur so ein Gedankengang meinerseits. Ich bin natürlich Bauleihe und deswegen weiß ich nicht, ob das passt. Ah, gucken wir mal. ...setzen ihr ziemlich zu. Deshalb darf sie momentan nicht mehr so stark belastet werden. Also, die sieht eigentlich sehr stabil aus, so von unten, was ich jetzt so sehe. Ähm, ja, ich habe schon schlimmere Brücken gesehen, die von unten ganz viel, viel, viel schlimmer aussahen, als das, was jetzt da zu sehen ist. Und im schlimmsten Falle landen die Leute im Wasser, so. Ja. Aber ich glaube, bevor das passiert, würde die Brücke eher noch ein paar Sachen von sich geben, dass sie bricht. Meinem so. Was könnte man machen, um sie zu entlasten? Weniger Verkehr. Der Brücke zugesetzt haben die LKWs, die oben über die Brücke fahren. Und natürlich hätte man machen können, dass da weniger LKWs fahren. Hm, man könnte natürlich eine Gewichtsbegrenzung machen und könnte sagen, also LKWs über so und so viel Gewicht dürfen da nicht drüber fahren. Oder es dürfen überhaupt keine LKWs da drüber fahren. Die müssen eine andere Brücke benutzen, die dafür geeignet ist, dass sie da drüber fahren. Ja, genau. Jetzt ist natürlich die Frage, ich sehe da einen Zaun. Aber ich sehe den Zaun an einer Stelle, wo normalerweise Fahrzeuggruppen und Bürger zu Fuß drüber gehen, die da eigentlich gar nicht so viel machen dürften. Nämlich Fahrradfahrer zum Beispiel. Das erinnert mich an die Brücke, über die ich morgens immer fahre, wenn ich über den Main fahre. Um die Brücke zu retten. Nein, nein. Da hätte man ja eine Autospur sperren müssen. Das geht natürlich gar nicht. Nein, wäre ja auch viel zu einfach. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht. Und wir kennen ja die Politik. Die Politik liebt umständliche Dinge. Hm. Ja, das ist schon immer so gewesen. Und das wird auch immer so bleiben. Solange es die Politiker gibt, die aktuell regieren und ein Alter von 50 plus haben. Das Amt für Straßen und Verkehr hat lieber eine andere Fahrbahn gesperrt, wie es gewichtig schriftlich mitteilt. Ja, ich sag doch, sie haben die Spur für die Fahrradfahrer und die Fußgänger gesperrt. Hier, hier, die haben doch echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Nach sorgfältiger Abwägung der verkehrlichen Auswirkungen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, eine Einengung der Geh- und Radwege vorzunehmen. Ja, mit was für einer Begründung. Ein Radfahrer, der da drüber fährt, hat so viel Gewicht, dass die Brücke eventuell einstürzen könnte. Hallo? Oh, ein LKW mit 10, 15, 20 Tonnen, das ist nichts, aber der Radfahrer mit seinen 200 Kilo, ich bin jetzt mal groß, nein, nein. Also, ich sag mal so, wenn ich auf meinem Fahrrad sitze, bloß das Fahrrad, komme ich vielleicht auf 100 Kilo? Also, ja, äh, nee. Ja, denn die schweren Radfahrer und Fußgänger sind das Gewichtsproblem, nicht die leichten Fahrzeuge. Daher rollt der Verkehr weiterhin auf allen Spuren, nur der Geh- und Radweg ist jetzt zwei Meter schmaler. Die haben auch, äh, 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 bitte, bitte zeigt mir einen von den Trotteln, die das beschlossen haben. Bitte, ich möchte einen nur sehen, damit ich bestätigt bin, dass das kein normaler Mensch sein kann. Es ist jetzt einfach ein bisschen enger für alle und nicht so komfortabel, man kommt sich ins Getränke, also bringen du das nix. Und ob? Das Verkehrsamt hat die Entlastung durch die Absperrung ausgerechnet. Aha, jetzt lass mich raten, die Belastung ist um zwei Prozent zurückgegangen. Wenn's mehr wäre, würde ich, würde ich sagen, die Rechnung war falsch. Die rechnerische Reduzierung der Verkehrslasten beträgt circa 234 Tonnen. Moment, Moment. Wie viele Leute und Radfahrer sind da pro Stunde drüber gefahren? 50.000? Und mit was für Fahrrädern fahren die da drüber? Mit Lastenfahrrädern, die vollgepackt sind bis zum Anschlag? Hier, hier, den Taschenrechner, der das ausgerechnet hat, den möchte ich sehen. Den sollte man an die Wand schweißen, der ist kaputt. Die schweren, dicken Radfahrer. Und 234 Tonnen, das wären ja schon einige tausend Personen, die hier gleichzeitig sich aufhalten müssen. Ja, so um die 3000 Menschen gleichzeitig auf der Stefaniebrücke. Gut, das kommt jetzt nicht so oft vor, aber wenn, wären die dann zu schwer. Ganz realistisch gibt es jetzt diesen massiven Absperrzaun für die schweren Fußgänger. Oh Mann, also, da haben sie wieder mal echt, die haben zu wenig zu tun. Zu wenig Sinnvolles zu tun, wohlgemerkt. Weil, sonst kommen sie, geben sie sich auf solche Unsinnigkeiten. Für sowas würde ich sogar gern mal, also, wenn sie was Sinnisches machen würden, würde ich auch gern mal auf eine Volk realer Irrsinn verzichten. Aber, nee. Und der Radfahrer. Ich glaube, die Zaunelemente wiegen 16 Kilo, die Betonfüße 31 Kilo. Also, zwei Füße, ein Zaun, das ist schon wieder ein Radfahrer. Jetzt weiß ich. Genau, Kistka, genau darauf wollte ich Klaus. Das haben die ausgerechnet. Wenn die den Bauzaun wegnehmen würden, dann würden sie die 234.000, äh, die 234 Tonnen Gewicht sparen. Das haben die ausgerechnet. Die haben ausgerechnet, wie schwer der Bauzaun ist und dadurch haben sie... Das traue ich denen allen Ernstes zu. Und ich weiß, worauf du raus willst. Du willst natürlich sagen, was bringt das Ding. Klar, ein so ein Element, wie der Mann gerade schon sagte, das ist exakt richtig, wiegt ein Radfahrer. Und das steht da auch gehabt. Und man hat ja gerade eben kurz gesehen, als sie den Zaun gezeigt haben, als oben die Autos drüber gefahren sind, das Ding vibriert. Und durch die Vibration wird noch mehr Schaden angerichtet, als wenn da ein Radfahrer drüber fährt. Oder ein Fußgänger, wenn man da mal zählt. Ich glaube, jetzt ist die Brücke mehr belastet, als ohne Zaun. Ach, Bremer Mathematik. Die Brücke wiegt mit dem Zaun etwa 8 Tonnen mehr. Trotzdem wird das Gewicht dadurch um 234 Tonnen reduziert. Nee, wird es nicht. Bremen, wird es nicht. So viele Radfahrer, dass da auf einmal 234 Tonnen drüber rollen, ist nicht. Nee, nee, nee. Nee, nicht einmal, wenn da jeden, wenn da rundweg dauernd Radfahrer drüber fahren würden. Und zwar so nah, dass sie sich Vorderrad an Hinterrad anhängen würden. Selbst dann würden sie das nicht hinkriegen. Nein, ist nicht. Nein, 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 nein. Magic. Schwerer machen und leichter werden, das ist nicht ganz auszuschließen, aber ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Dabei ist es ganz einfach. Es gilt die bekannte Entlastungsformel, das Gewicht Fußgänger plus Radfahrer plus Absperrung ist kleiner als das Gewicht Fußgänger plus Radfahrer. Also, ich sage, ihr wisst ja, dass ich, dass ich momentan eine Umschulung zur Fachinformatikerin mache. Und diese Rechnung geht nicht auf, definitiv nicht. Ähm, ein Spargeltatzeilen-Fahrradfahrer plus ein Leichtrad plus ein Zaun. Okay. In dieser Weise, wie ich es jetzt sage, würde es aufgehen. Plus ein mindestens 150 Kilo schwerer Radfahrer auf einem E-Bike der allerersten Generation. Der würde es vielleicht hinkriegen. Dann würde die Rechnung aufgehen, aber nur dann. Und selbst da bin ich mir nicht sicher. Äh, ja, genau. Äh, wie gesagt, wie ich gerade sagte, Kistenkarte. Also 150 Kilo plus, plus E-Bike der ersten Generation. Dann käme vielleicht diese Rechnung hin, aber nur dann. Und selbst da bin ich mir nicht sicher. So rechnet man in Bremen. Nee. Aber, äh, gut, okay, doch. So rechnet man in Bremen, aber nur in Bremen. Und nur im, äh, Straßenverkehrsamt in Bremen. Denn jeder normalsterbliche Mensch, der rechnet kann, weiß, dass diese Rechnung nicht aufgeht. Nein, definitiv nicht. Nein, nein, nein. Ist nicht. Kriegen wir nicht. Packen wir nicht. Schaffen wir nicht. Aus. Vorbei. Klappt nicht. Klappt definitiv nicht. Können wir lassen. Wollen wir nicht nachzurechnen. So. Und jetzt bleibt mir zu sagen, Schildi, danke. Danke, danke. Danke, danke. Tolle Folge. Passte. Perfekt. Wunderbar. Wieder ein Zaun, der völlig unsinnig ist. Wir haben heute nur unsinnig eine Zäune. Und ich habe gleich eine Folge, da haben wir noch einen unsinnigen Zaun. Also wenn ihr auf Twitch gerade dabei seid, dann bleibt dran. Wenn ihr auf YouTube das Video gerade guckt, dann müsst ihr noch einen Moment warten. Dann kommt das Video in ein, zwei, drei Tagen. Also nach diesem hier. Gut. Aber. Als. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das irgendwie zeigt. Mit einem Abo oder einem Like. Das hilft auch dem Kanal. Das Klöckchen dürft ihr gerne, wenn ihr wollt, auch aktivieren. Damit ihr nichts mehr verpasst, wenn hier was kommt. Und ja, was bleibt mir so zu sagen. Ach, wenn ihr Anregungen, Kritik oder sowas habt, dann ab damit unten in die Kommentare. Ich reagiere da drauf. Kann manchmal ein bisschen dauern, aber meistens reagiere ich relativ schnell. Und wenn ihr das Originalvideo sehen wollt, unten in der Videobeschreibung ist das Ganze verlinkt. Da findet ihr unter anderem auch die Links zum Beispiel zu Twitch, wo ihr dem Ganzen hier mal live folgen könnt, wenn ich das reakte. Würde ich mich freuen, wenn ihr da mal zuschaut. Für heute bleibt mir zu sagen, Dankeschön und Tschüss für diese Folge. Sagt euch eure Josy. Bis zum nächsten Mal.